Was ist denn für ein Lied? Wie geht das weiter? Ich kann das nicht. Eine Probe. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ich bin bei tonight.de, weil ich gerne in der Champions League spiele. Ich freue mich sehr bei Tonight zu arbeiten, da ich sehr gerne im Nachleben unterwegs bin und das Gefühl habe, dass ich das genau so ausleben kann. Ich arbeite gerne bei Tonight, weil es total herzlich dort ist. Wir arbeiten bei Tonight so gerne, weil wir ein wahnsinnig tolles Team haben und euch alle sehr, sehr gerne mögen. Ihr seid ganz, ganz toll und macht einen super Job. Das wollte ich eigentlich auch sagen, daher fehlen mir jetzt die Worte. Also ich arbeite bei Tonight, weil meine Chefin mir gesagt hat, ich soll jetzt sagen, dass die ganz lieb ist und ich keine Freunde sonst habe. Also wir arbeiten gerne bei Tonight, weil, weil man total viele tolle Erfahrungen macht, das Team wunderbar ist und es einfach total viel Spaß macht. Genau. Einen? Begut zusammen? Ich bin immer, Leute, ich bin immer, die Leute in der Schweiz! Also wir arbeiten, die Leute in der Schweiz, die Leute in der Schweiz. Ich war einfach ein anderer, ich bin immer, aber das heißt, ich habe euch eine richtige Idee, will ich mich wünschen. Ich bin auch immer, ich wollte mir, wenn du dein pair mit dir bist, wirst du dein seem und deinem 4.005 Jahren kannst du deinem Dann wirst du deinem 1.005 Jahren und du deinem. Und ich bin wirst du deinem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017